Ah, jetzt noch mal ein Backtracking. Entschuldigung. Das ist Götter zum Spiel, das ist ja nicht schlimm. Richtig. Außer wir haben erst, ja, 15 Minuten auf dem Konto. Wird sicherlich da drin wirken, muss sein. Aber Gegner dürfen jetzt glaube ich keine mehr kommen. Hoffe ich jetzt zumindest, dass keine Gegner kommen. Ja. So viele Parts werden sollte ja eh nicht, weil ich muss ja dann noch nach R langen. Wie viel Zeit hast du? Ein bisschen, ich sag dir schon Bescheid. Alles klar. Aber ich mach da auch gleich irgendwann drauf, oder Crusader vielleicht sogar heut noch. Also, keine Panik. Ah, Molly! Ich hab voll Molly. Ich bin voll Molly, ey. Molly war da. Was? Ich weiß von nix. Ah, scheiße. Ist das nicht aussehen auf F7 gekommen? Ah, Mist. Es wurde doch eigentlich... F5 drücken. Für... Ähm... Für was? Daniel! Okay, 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 okay. Ähm... Ich hab schon wieder nen Screenshot gemacht. Du hast grad gespeichert und geladen? Hahahaha! Ich sollte besser schauen, ob welche Tasten ich drück. Okay, S6. Äh... Okay... Jetzt aber. Aber jetzt. Nein, Daniel! Einsbornal, nein, nein, nein... Einmal probiert es noch. Das kann наверхzeugt schon, mit 8 . fand was nicht schon zinskurs sie. Das bezüglich des spieles bis zum dic Jeep vient ist Però는 dreht mehr ja wenn man gerade merkt nicht unsere Stärken RUN jetzt aber ich liebe die Schatten das kannst du bestimmt Vielleicht komm ich sogar mit mehr Hälften davon, wie vorher. Ja! So'n Scheiß. Was ist denn das am Boden gewesen? Keine Ahnung. Sah aus wie ein roter Tanker. Sehr gut, die Trapdoor. Trapdoor, 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 Trapdoor. Voll für'n Arsch! Wahrscheinlich muss ich von oben irgendwo wieder reinspringen. Spawnen, die Viecher? Ich hoff's nicht. Weil ich weiß nicht, wo hier ein Trapdoor sein soll. Weiß du echt nicht. Wie, hier da? Da lag's doch. Ja, ich schau' jetzt um, ob hier noch irgendwo was gibt, was verwertbar ist. Oh Gott. Ah, jetzt komm ich glaub' ich zum Monastery. Jaaaay! Exciting! Oh mein Gott. Ich hasse es. Es ist so widerlich. Ach, ich glaub' ich muss eigentlich so erstmal sich so komische Katakomben mit's ersten Mal. Oh mein Gott. Enge Gänge. Shotgun. Ein Muss. Hm. Rechts vor längs. Oh, ich hab' ihn zerschraubt. Ich glaub' da tun irgendwann ein Gegner auferstehen von diesem Orden. Oh nee, ich hasse es. Ach, diese To-ähm, da brauchst du wieder deinen komischen- Envoke. Ja, ja. Du, 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 Paladin. Egal. Solange ihr nicht nervt. Der hat ein bisschen Schaden. Der hat 13, ja? Der hat da was? Egal. Egal. 13 Schaden. Ja. Quick Save. Lispeth. Ich hab' ihn zu. Das war Lispeth. Ich hasse spawnende Gegner oder Gegner, die nicht kaputt gehen können. Ah, jetzt kommen wir zum Monastery. Das kenn' ich noch von früher. Das wird auch ziemlich scheiße, weil da irgendwelche Fernkämpfer uns so scheiße sind. Boah, okay. Ach, das geht nicht. Sieht man auch. Ja, das isse. Ui, in der Vergangenheit wird's so schön. Aber wenn wir unsere Sense haben, dann geht's erst richtig ab. Alles platt. Erpack. Rechts. Ach, das ist mein Herz. Ich komm' ja nie alleine, genau. Entschuldigung, muss Raugeln hören. Da. Da. Noch jemand. Daniel hat genug Munition für alle. Hahaha. So. Speichern. Miau. So. Wollen wir schön anfangen. So. Weiter gehen. So. 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 Ich bin wirklich der Kuss mal hier, am besten zu gehen. In der T-M-A-T-M-A-T-I-N-E-N-E-S-O-L-I-F-E-A-T-I-N-T! Come on, Barbie, let's go party! Ah, 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 yeah! Come on, Barbie, let's go party! Ah, 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 yeah! Ah, der Spiel ist nicht mehr so gruselig wie Fogel. Ah, ah, ah! Meine Nerven, meine Seele! Ich will da rüber. Ja da geh rüber. Gab was denn, Ness, ich muss das haben. Aber die kommt so nicht hoch, schon so hoch. Einen Anal-Plug! Ich will den Anal-Plug haben! Tja, hättest welche Bein-Arg geskillt! Komme ich sicher dann auch noch hoch, irgendwie ! Ist das eine Kiste? Nein, das muss ein Stein! Ich habe damals mit Andalien immer parallel Call to Power gezockt, Call to Power 2 und im selben Sommer kam dann auch Operation Flashpoint raus, der erste Teil. Das war so ein geiler Sommer. Ach ja. Die anderen freuen sich auf den Sommer, weil die Frauen dann kurze Röcke tragen und der Daniel in tolle Spiele rauskommt. Was hast du jetzt gemeint mit Frauen und kurze Röcke? Ne, ne, schon in Ordnung. Ich weiß später sowieso. Ja, dann kannst du sie später nochmal machen. Okay. Okay. Levy Transition! So, saving me, strangers in the night, saving my game state, strangers in the night. Ich glaube, das ist irgendwo Fernkämpfer, oder ist das erst in der Vergangenheit? Ja, wir Spieler finden wir das alles in der Vergangenheit wieder. Oh mein Gott. Ja! Amplifier Stone! Mach mal schichtvoll die Knie jetzt. Amplifier Stone! Einer. Zwei. Drei. Der nächste bitte. Nummer vier. Ach man. Die nächste Nummer bitte. Ja genau, die halten so eine Nummer hoch. Ich bin der Nächste. Die Nummern ziehen, ja. Ich bin gerade immer noch voll baff vom Barbie Girl. Kennst du diese holländische Verarsche? Ja. Die ist auch cool. Die stehen auf. Brauchst volles Mana dafür. Ja. Fast. Die Spaff, das war aber nicht nett. Woi. Ah. Die beschmeißt dich nicht rein. Das macht jetzt glaube ich ständig. Die ist auch cool. Sie ist auch cool. Der ist auch cool. Das war schon lange nicht mehr. Ich habe sie überhört. Dann scry mal. Warte mal. Was war das? Mach einfach mal. Das ist ne Vision. Ja, der wird schon recht. Aber der ist süß. Geht auch nicht. Es gibt nämlich auch welche, die sind dann echt da. Ganz echt? Ganz voll echt, Alter! Alter, yo! Tide! Tide, Brother! Aber ey, ich kann so, ich kann diese Gangster-Sprache nicht. Sonst würde ich gern weitermachen. Nee. Ja, das müssen wir später alles noch einmal durchbauen. Nee! Egal, was sie sagt. Oh Gott! Oh Gott! Verarscht! Ich hab voll ins Kreuz geschossen. Ich kann eigentlich, ich hab ja... Zwei... Zwei Hell... Zwei Hell... Wow! So sagt mir das keiner. Ich hab noch zwei Amplifier-Stones. Hab ich irgendwelche magischen Sachen, die ich... ...invoke? Ich geh nochmal auf Ectoplasma. Ectoplasma ist so ein geiler Zauber. Optimal! Vielleicht mal aufs Heft zurück springen. Ähm. Normale Save. Ähm. So, da oben bin ich gewesen. Stray. Ist auch gleich. Glaube ich. Da war es schon. Ich glaube, es habe ich mehrfach über das Sehen mittlerweile. Vielleicht ist es nicht. Nicht runterfallen. Arschviech. Arsch, Sau. Ich höre Amplifier-Stone. Ach, Sie! Das habe ich sogar gehört. Das ist ich mit meinen schlechten Ohren. Ich stumme in München. Sie unterhalten. Hääääh! Boah, yeah! Standard Dynamite. Okay. So, ich muss jetzt leider los, aber wir machen bald weiter, denke ich. Hoffe ich. Ich stecke es auch, ja. Ja, gut. Ja, jetzt mache ich zwei Parts draus. Ich mache zwei Parts draus. Und dann mache ich Crusader auch noch weiter. Also keine Sorge, Leute. Es geht langsam wieder los. Ich stecke Skyrim ein bisschen zurück. Und Domi kommt wieder raus. Ja, du kannst schon Skyrim machen. Ja, klar. Also, Leute. Also dann. Und Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.